Bargeldabschaffung, EU. Siehst du das kommende Abschaffung? Sehe ich, kommen. Jetzt nicht unmittelbar, aber schrittweise. Bankomaten sind auch immer mehr verschwunden. Es ist ein weiteres Indiz dafür, dass das zurückgedrängt wird. Da müssen schwere Straftatenmorde passieren, dass der Bundeskanzler auf die Idee kommt und auch die Sozialdemokraten mittlerweile zu sagen, wir müssen schon schauen, dass wir zumindest schwere Straftäter nach Syrien rückführen können. Ja, das können wir ja. Also das sind dann die Momente, wo man ein bisschen Frustrierung hat in der Politik. Ich bezeichne den Volkskanzler, die auch viele triggert und wo einige ja durchdrehen, wenn man das erwähnt. Ich brauche da keine freiheitliche Bejubelung oder keine Streichelpolitik. Ich will einfach nur normal behandelt werden, so wie alle anderen auch. Dieses Sticheln, dieses Tendenziöse. Der Bundeskanzler Nehammer hätte sie müssen, dem Präsidenten zur Entlassung vorschlagen. Das wäre die einzige logische Konsequenz gewesen, die ÖVP sich von dieser Person quasi zum Nein halten lässt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geldbonus-Podcasts. Heute habe ich wieder jemanden aus der Politik zu Gast, und zwar den Herrn Mag. Hannes Ammesbauer. Vielen Dank fürs Kommen. Gerne, danke für die Einladung. Gerne, freut mich. Und die erste Frage gleich vorweg. Bei Du oder Sie? Selbstverständlich bei Du. Sehr gut. Das freut mich. Es ist immer lockerer das Ganze. Deswegen freut mich es natürlich immer, wenn jemand sagt, mach mir das gleich bei Du. Gut. Hannes, erste Frage. Warum bist du in die Politik gegangen? Das ist eine klassische Frage, wo es glaube ich keine klassische Antwort gibt. Ich war ja sehr früh schon politisch interessiert. Ich komme aus einem relativ unpolitischen Elternhaus. Die Eltern waren früher traditionell SPÖ, nahe bei mir in der Gemeinde daheim auch. Aber es ist nie wirklich Thema gewesen, Politik. Ich habe mich eigentlich selbst politisiert und mit 14, 15 Jahren, mich hat der Jörg Haider sehr fasziniert, einfach aus dem Grund, gar nicht wegen dem Ideologischen, sondern weil er anders war, weil er anders aufgetreten ist, weil er erstens mal viel jünger war als die anderen damals, weil er nicht nur mit grauem Anzug und Krawatte herumgerennt ist, sondern im Sportgewand, teilweise mit nackten Oberkörpern sich fotografieren hat lassen, Bungee-Jumpen gemacht und einfach eine Lockerheit eingebracht hat in das Ganze und ein bisschen von dem System ausgebrochen ist. Also das war mal die Begegnung mit Jörg Haider, das Interesse an Jörg Haider und dann nach und nach ist das Interesse auch dazugekommen, politisch selbst auch etwas zu tun. Ich habe dann den ganz klassischen Weg gemacht, Beitritt zur Jugendorganisation, Kandidatur in der Gemeinde, also das war auch spannend, ich habe für die FPÖ dann kandidiert, für den Gemeinderat, meine Mutter war zeitgleich Sekretärin vom Roten Bürgermeister, hat aber familiär keine Probleme gegeben, den Bürgermeister, den haben wir dann eh die Absolute weggenommen, also der war dann eh in Pension und ja, so hat das begonnen, bis hin letztlich dann Einzug in den Landtag, da war ich sieben Jahre und jetzt darf ich seit 2017 im Nationalrat vertreten sein. Macht Spaß? Das macht nach wie vor großen Spaß, es ist oft natürlich auch zum Ärgern, so wie gestern auch in der Debatte wieder im Parlament, aber es ist wirklich eine große Freude und natürlich ein großes Privileg auch einer von 183 sein zu dürfen, die für die Gesetzgebung in Österreich verantwortlich sind. 43 Jahre jung, richtig? Das ist richtig, ja. Ich finde das eh super, wenn in dem Alter halt Menschen im Nationalrat vertreten sind, weil die kennen sowohl alt als jung und man hat da schon ein bisschen Erfahrung, gell. Na, sehr spannend. Was war gestern? Das interessiert mich jetzt. Wir haben jetzt die letzte Plenarwoche vor der Sommerpause und die vorletzte Tagung überhaupt vor der Nationalratswahl. Also es gibt dann im September noch eine Tagung, aber jetzt ist einmal vor der Nationalratswahl werden jetzt die großen Brocken noch beschlossen. Also es sind glaube ich rund 60 Gesetzesentwürfe zu beschließen in drei Tagen. Ja, und ja, gestern zu Beginn der Debatte ist es auch gegangen um die Berichte der Untersuchungsausschüsse. Ja, da hat es halt diesen Kofag-Untersuchungsausschuss gegeben, den wir mit der SPÖ eingesetzt haben und dann hat es diesen Gegenausschuss gegeben, diesen kindischen von der ÖVP, diesen rot-blauen Machtmissbrauch-Ausschuss, ja. Und da ist halt heftig debattiert worden. Ich war nicht bei der Debatte an sich beteiligt, aber es hat mich ziemlich aufgeregt und war da als Zwischenrufe sehr aktiv. Ich habe dann auch einen Ordnungsruf kassiert. Aber das ist halt auch in der Politik, es sind halt oft die Emotionen drinnen. Aber das heißt nicht, wenn man emotional ist und wenn es wirklich oft hitzig zugeht, dass man sich mit den Menschen, und das sind ja alles Menschen, ja, auch von den anderen Parteien natürlich, dass man sich mit denen trotzdem verstehen kann und die auch respektieren kann, auch wenn man deren Meinung nicht teilt. Ja, das ist halt so eine Demokratie, so verschiedene Meinungen. Genau. Okay. Gibt es das Jahr überhaupt Sommerferien für die Politiker? Ich glaube eher nicht. Das geht sich nicht aus. Also wir sind im Wahljahr, genau, mitten in den Vorbereitungen für die Nationalratswahlen. Ich bin ein Steirer, ich bin auch Landesparteiobmann, Stellvertreter in der Steiermark. Und wir haben ja auch Landtagswahlen im November. Also das ist ein Doppellauf. Und dann im März gleich Gemeinderatswahlen. Ist auch nicht mehr so viel Zeit, ja. Also die organisatorischen Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Und wir werden jetzt einmal im Juli ein bisschen runtergehen vom Gas, weil es ist Urlaubszeit, also auch für die Bevölkerung. Ich bin auch schon lange genug dabei. Sommer, Juli, August trinkst du schwer vor mit politischen Inhalten. Aber wir werden einen kurzen, knackigen, intensiven Wahlkampf führen. Ich werde als Landesspitzenkandidat in der Steiermark das ganze Bundesland bereisen. Also ich werde mich vorwiegend natürlich auf die Steiermark konzentrieren. Und ja, dann werden wir halt schauen natürlich, dass wir ein gutes Ergebnis, ein sehr gutes Ergebnis erreichen. Im November hast du gesagt, gell? Im November ist die Landtagswahl in der Steiermark. Und die Nationalratswahl, wo ich der Spitzenkandidat bin in der Steiermark, ist am 29. September. Ja, da sollten ja nicht alle wählen gehen. Ich hoffe, dass viele Leute wählen gehen. Selbstverständlich, ja. Bei den EU-Wahlen, glaube ich, haben wir 56 Prozent oder so gehabt. Ja, ich glaube knapp 60 waren es dann sogar. Ist für die EU-Wahlen nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Besser wie sonst immer. Muss man sagen, ist nicht schlecht. Ja gut. Deine Aufgaben, Bereichssprecher, innere Angelegenheiten, übersetzt, Sicherheitssprecher. Was tust du den ganzen Tag? Es ist also eine klassische Frage, die sich nicht so einfach beantworten lässt. Ganz einfach. Du hast keinen klassischen Arbeitsablauf, dass du irgendwo in der Früh hingehst, deine Karte reinsteckst vielleicht und dann deine acht Stunden abarbeitest und das war's dann. Du hast ganz unterschiedliche Arbeitszeiten nochmal. Also gestern zum Beispiel die Sitzung hat über 14 Stunden gedauert. Ja. Und du hast aber auch Tage, wo es relativ ruhig ist. Du hast Tage, wo du im Büro sitzt. Du hast natürlich Aktivitäten im Wahlkreis. Das gehört auch dazu als Politiker. Ich war zum Beispiel letzten Sonntag beim Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerb, wo 200 junge Mädels und Burschen wettgekämpft haben und da trainiert haben auch für die Feuerwehr. Und da ist man dann halt als Abgeordneter dort auch und spricht ein paar Grußworte und so. Das interessiert die Kinder dort eh nicht, muss man auch ehrlich sagen. Aber es gehört natürlich dazu, dass du, es sind ja auch die Eltern dort, dass du direkten Kontakt mit den Leuten hast, dass du hörst, immer was bewegt. Das nimmst du dort auf, quasi trausten. Im Parlament, das ist ja eine Blase. Der ganze politische Betrieb ist eine Blase, der journalistische Betrieb ist eine Blase. Dann hast du innerhalb der Politik ein Bubble, nochmal die Parteipubble. Und das ist mir immer wichtig, dass die du nach außen bewegst. Also der klassische Tag, der ist schwer zu beschreiben. Und die Aufgaben, du hast es eh gesagt, als Sicherheitssprecher wird es bei uns genannt. Offiziell heißt es Sprecher für innere Angelegenheiten. Heißt, man bearbeitet alle Materien, alle Gesetzesmaterien und alle sonstigen Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Inneres fallen. Da ist vor allem die öffentliche Sicherheit, aber auch Dinge wie Wahlen, Volksbegehren, Volksabstimmungen. Das sind die Kompetenzen des BMI. Die ist ein sehr großes Haus, hat rund 38.000 Mitarbeiter. Vielfältige Aufgaben, auch der Nachrichtendienst, die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst. Also der Verfassungsschutz ist dort angesiedelt. Da gibt es einen eigenen Ausschuss, einen Geheimdienstausschuss, der ist im Parlament in einem abhörsicheren Raum. Da muss man das Handy abgeben und so. Und werden auch geheime Informationen dort besprochen. Darf man natürlich nicht erzählen hier, logischerweise. Aber es ist recht vielfältig, es ist recht interessant und ich mache das wirklich sehr gerne. Okay, das spürt man. Ja, das spürt man. Gut, danke auf jeden Fall für diese ausführliche Erklärung. Ich würde ein paar Themen gerne ansprechen, wie zum Beispiel Bargeld, Migration und so weiter. Ich würde sagen, wir gehen da gleich zum Bargeld über. Ich habe von dir eine Rede gehört, wo es um das Thema Bargeld ging. Bargeldabschaffung, EU, bla bla bla. Erste Frage, siehst du das kommende Abschaffung? Das sehe ich kaum, jetzt nicht unmittelbar, aber schrittweise. Das lässt sich an mehreren Faktoren feststellen. Zum einen... Eines muss ich vorweg sagen, keine Verschwörungstheorien oder so, aber man kann ja annehmen anhand einzelner Punkte. Keine Verschwörungstheorien, aber einerseits gibt es ja immer wieder Äußerungen. Gewisser Player, ob das jetzt von der EZB ist oder von der Europäischen Union, die das Bargeld zurückdrängen wollen. Das Argument ist immer die Kriminalitätsbekämpfung. Es ist vor ein paar Jahren der 500-Euro-Schein abgeschafft worden. Einfach so. Ohne große Diskussion. Da hat es natürlich keine Aufregung gegeben, weil ein 500-Euro-Schein im Regelfall keinen Miet hat. Oder selten Miet gehabt hat. War recht praktisch, wenn du ein paar größere Beträge auch bezahlt hast, dass du nicht so viele Hunder damit haben musst. Und der 200-Euro-Schein, der wird nicht so wirklich verwendet, aber der 500 ist einmal abgeschafft worden. Jetzt ist eine Obergrenze festgelegt worden in der EU von 10.000 Euro für Bezahlungen, die man bar tätigen kann. Und es hat immer geheißen, keine Obergrenze. Der Bundeskanzler hat im Vorjahr noch groß angekündigt, er macht einen Bargeldgipfel und wird sich dahingehend einsetzen, dass es in Österreich weiterhin das Recht auf uneingeschränkte Barzahlung gibt. Jetzt haben wir die Obergrenze. Und vom Bundeskanzler habe ich vor wenigen Tagen ein skurriles Video gesehen in den sozialen Medien, wo er gesagt hat, sie haben jetzt mit den Banken verhandelt und sie haben jetzt eine Bestandsgarantie auf ein paar Jahre, glaube ich, für die derzeit bestehenden Bankomaten. Also das ist übergeblieben von der Bargeldrettung des Herrn Nehammer. Es ist natürlich auch wichtig, der Zugang der Niederschwellige zum Bargeld. Bankomaten sind auch immer mehr verschwunden. Es ist ein weiteres Indiz dafür, dass das zurückgedrängt wird. Aber wenn vom Versprechen der uneingeschränkten Barzahlung und sogar von der Handkündigung, das in die Verfassung zu schreiben, eine unverbindliche Vereinbarung über eine gewisse Anzahl von Bankomaten überbleibt, dann ist das recht lächerlich. Also diese Punkte, also diese Scheibchenweise, das passiert ja nicht von heute auf morgen, diese Scheibchenweise zurückzuhören. Und ich sage ganz offen, ich zahle oft mit Kreditkarte, ich zahle aber genauso gern mit Bargeld. Und das ist das, worum es uns auch freiheitlich geht, die Wahlfreiheit, die Freiheit des Bürgers selbst zu entscheiden. Na ja, verstehe, meine Oma gibt mir immer so das Bargeld. Na ja, dann gibt es da Trinkgeld. Für mich war das eben so wichtig zum Hinterfragen, weil man hört ja von diesem digitalen Euro. Genau. Ist da was dran? Gibt es denn wirklich? Kommt der? Na der kommt selbstverständlich. Oder ist das quasi schon diese Ablösung von Bargeld? Das kann man jetzt nicht so genau sagen. Behauptet wird es, dass es den digitalen Euro parallel geben wird. Aber natürlich sind das schon auch Vorbereitungen, weil wenn das Bargeld gar nicht mehr existiert, dann brauchst du ein neues System. Und jetzt wird ein Nebensystem mit diesem digitalen Euro aufgebaut und da könnte man jederzeit quasi umschalten. Und ich finde das sehr, sehr bedenklich, weil schau, dem Staat geht nicht jede Bezahlung, die ein Bürger tätigt, etwas an. So ehrlich muss man sein. Und es geht ja jetzt nicht um die großen Beträge und die Kriminalität, was immer der Vorwand ist. Die Geldwäsche. Also es werden sich Mittel und Wege finden, das auch digital zu machen. Das steht in keiner Relation zum Verlust an Freiheit, nämlich an persönlicher Freiheit, auch zahlen zu können, ohne dass der Staat überall drauf schaut. Steht nicht im Verhältnis zu dem, was einem genommen wird, vielleicht für einen minimalen Sicherheitsgewinn im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung. Ist halt meine Meinung dazu. Und wir machen ja viel so Veranstaltungen. Es gibt vom Freiheitlichen Bildungsinstitut eine eigene Veranstaltungsreihe. Ich habe das auch bei mir im Bezirk gehabt. Und da kommen die Menschen. Da kommen sehr viele Menschen, die jetzt gar nichts mit unserer Partei jetzt so wirklich am Hut haben, die sich darüber informieren und die schon auch besorgt sind, dass ihnen das Bargeld genommen wird. Ich finde es halt irgendwo grob fahrlässig. Warum? Ich kann ein Beispiel geben. Ich war in München und hast halt die Bankomatkarte mit. Und ich habe aber kein Bargeld in der Geldbörse gehabt. Aber ich hoffe, da bricht mir jetzt keiner an. Im Auto habe ich immer ein bisschen was. Wenn der aufhalt mit dem Handy in der Hand, dass du ein 100 Apparat hast, bricht mir hoffentlich keiner ins Auto ein. Auf jeden Fall. Und da hat man beim Bankomaten, ich wollte da Geld abheben, zusätzlich noch, da hat man die die Karte nicht mehr ausgespielt. Was machst du denn dann? Das ist so. Also für mich sind ja die Themen auch, neben denen, die du erwähnt hast, wichtig zu hinterfragen. Okay, wenn die Karte einzogen wird, die funktioniert vielleicht nicht mehr, der Chip, was auch immer. Aber nicht jeder hat am Handy dieses ganze Payment-Ding, wo du es drauf haltest und so. Bist du aufgeschmissen. Du stehst irgendwo am A-Punkt der Welt und kannst nichts abheben. Oder Blackout zum Beispiel. Es wird immer wieder gewarnt vom Bundesheer, von offizieller Stelle. Die Blackout-Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Was mache ich dann ohne Bargeld? Oder auch im Bereich der Cyberattacken. Also das ist für mich auch so ein wesentliches Thema, wo ich sage, das geht gar nicht, das abzuschaffen. Aber ich bin gespannt. In China, glaube ich, ist ja alles nur mit WeChat zu bezahlen. Da gibt es ja, glaube ich, wirklich fast kein Bargeld mehr. Schweden zum Beispiel. Es hat das Bargeld weitestgehend verschwunden. Ich bin oft in Schweden, das ist ein wunderschönes Land. Aber diese Anti-Bargeld-Politik, die dort betrieben wird, die gefällt mir überhaupt nicht. Ich war in Finnland und in Island, da ist es ziemlich ähnlich. Gut. Dann zu einem Thema, was ich zwar nicht gern anspreche, weil ich da selber, obwohl ich selber Migrationshintergrund habe. Thema Migration, da bin ich schon ein paar Mal angegriffen worden auch. Jetzt wieder, wenn ich mit jemandem von der FPÖ da sitze, wird mir vorgeworfen. Trotzdem möchte ich das Thema ansprechen, weil das sehr wichtig ist. Oft wird ja gesagt, die FPÖ ist rechtsextrem. Um was geht es da eigentlich, sage ich jetzt mal, bei der richtigen Migrationspolitik, die ihr führt oder die ihr einführen wollt oder ändern wollt? Um was geht es da konkret? Rechtsextrem ist einmal eine Blödsinn. Das Wort, ja. Das Wort ist ja alleine schon. Wir haben extrem oft Recht, würde ich mal sagen. Das Wort alleine ist schon ein Wahnsinn, aber es wird leider verwendet. Ich habe ja Politikwissenschaften studiert. Wenn du das politikwissenschaftlich betrachtest, um rechtsextrem oder politisch extrem zu sein, musst du mehrere Kriterien erfüllen. Du musst Demokratie und Parlamentarismus völlig ablehnen und musst du dazu bereit sein, deine politischen Ziele auch mit Gewalt durchzusetzen. Also das ist ein kompletter Blödsinn. Das ist nur zurückzuweisen. Und das sind schon Angriffe der politischen Gegner, weil sie natürlich sehen, wie stark die FPÖ mittlerweile ist. Wenn wir bei zehn Prozent herumgrundeln würden, würden wir niemanden interessieren. Und jetzt sind wir die bösen Rechtsextreme zum einen. Das andere, um was geht es bei der Migrationspolitik der FPÖ? Ich will es einmal kurz runterbrechen. Es ist einfach zu viel. Und es ist vor allem die letzten Jahre zu viel passiert. Wir hatten 2022 112.000 Asylanträge in Österreich. Die Masse der Herkunftsnationen sind Syrien und Afghanistan. Wir hatten im Vorjahr knapp 60.000 und die Entwicklung geht so weiter. Also das ist einerseits zu viel. Dann haben wir noch das Thema jetzt mit dem Familiennachzug, wo gerade in Wien die Infrastruktur gar nicht mehr da ist. Also Stichwort Containerklassen, die aufgebaut werden müssen. Dann gibt es natürlich kulturelle Konflikte, die man nicht leugnen kann. Es gibt das Problem mit der Islamisierung, mit der Radikalisierung. Wir haben jetzt die ganzen Pro-Hamas-Themos. Wir haben den importierten Antisemitismus. Wir haben Riesenprobleme im Bildungsbereich, im Sozialbereich, im Gesundheitswesen. Also das sind Themen, die man nicht kleinreden kann. Sicherheitsthemen vor allem auch in Favoriten. Und ich sage das auch ganz bewusst. Wir haben sehr viele mittlerweile bei uns auch. Und da geht es nicht um irgendeine Ausländerfeindlichkeit, um irgendeine Stumpfe. Da geht es darum, dass man Probleme anspricht. Dass man sagt, okay, wir haben viel getan. Wir haben vielleicht zu viel getan. Aber wir können nicht sagen, jeder kommt herein. Jeder, der es illegal über die Grenze schafft, der mit kriminellen Schlepperbanden, der das Zauberwort Asyl ausspricht, den rollen wir den roten Teppich aus ins Asylverfahren. Also diese Sogwirkung, die müssen wir wegbekommen. Und es gibt wirklich viele Menschen mit Migrationshintergrund, die lange in Österreich sind, die gute, wertvolle Mitglieder dieser Gesellschaft auch sind, die auch Freunde sind von vielen von uns, die schon lange auch FPÖ wählen, weil sie selbst sagen, so geht es nicht weiter. Ja, das Kriminalitätsthema sehe ich halt selber. Ich meine, gut, die Medien übertragen halt immer nur das. Manchmal teilweise kommt mir vor. Aber ich weiß nur, ich habe das schon einmal in einem Interview gesagt, da wurde der ehemalige deutsche Bundeskanzler interviewt, Helmut Schmidt, und der hat ja gesagt, dass es sehr schwierig ist, außer europäisch, also außerhalb des europäischen Raums, jemand, der kommt von Asien oder Amerika sogar oder Südamerika oder Afrika, dass die sich schwerer tun, sich kulturell zu integrieren als ein Europäer, weil der Tscheche halt, ja, der war halt in der Geschichte von Europa mit dabei und so. Würdest du das auch so sehen? Selbstverständlich, ja, weil es natürlich innerhalb des Kontinents viel mehr kulturelle und auch religiöse, obwohl ich absolut kein religiöser Mensch bin, Gemeinsamkeiten gibt, wie natürlich vom afrikanischen Kontinent oder aus dem gesamten arabischen Raum. Aber nochmal, es geht vor allem auch um die Anzahl der Leute, die da sind. Ich glaube, das haben ja viele nicht am Schirm, aber ich mache halt immer so Gedanken, also wie gesagt, ich habe ja selber Migrationshintergrund, bei mir sind die halbe Familie einfach aus Ägypten, ja, und wohnen auch viele in Österreich und so. Ich stelle mir halt immer so die Frage, wie wird sich das, wenn das halt so bleibt, auf die Sozialpolitik oder generell aufs Sozialwesen ausschlagen, ja, weil es kostet ja alles ein Geld. Wer zahlt das am Ende des Tages? Der Steuerzahler, ganz klar. Aber müsste in Wahrheit Österreich sich wieder neue Schulden aufnehmen, oder, um das inzwischen zu finanzieren? Also die Schuldenpolitik in Österreich ist sowieso ein Wahnsinn, seit Corona auch, ja. Aber der Kostenfaktor ist halt eines der Probleme. Wir wissen ja gar nicht, wie viel das Asylwesen insgesamt kostet. Da gibt es keine Zahl, die jetzt offiziell bekannt ist. Ich weiß zum Beispiel, dass im Innenministerium eine Milliarde dafür aufgewendet wird. Und die Leistungen des Innenministeriums, das betrifft die Grenzkontrollen, das betrifft die Asylverfahren in der ersten Instanz im Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl und die Unterbringung in den Bundesquartieren. Das sind jene Großquartiere, wo die Menschen untergebracht werden, bis entschieden wird, dass sie in das Asylverfahren aufgenommen werden, dass sie im Asylverfahren sind. Und wenn sie offiziell im Asylverfahren sind, wenn geprüft wird, ob sie einen Asylstatus bekommen, dann werden sie in die Länderquartiere aufgeteilt, ja. Also ein Bundesquartier ist das bekannteste sicher Dreiskirchen. Es gibt auch in meinem Bezirk zwei Bundesquartiere. Also diese Dinge verursachen eine Milliarde im BMI. Und dann geht es ja noch weiter. Die zweite Instanz im Asylverfahren ist dann im Justizministerium. Die Justiz ist auch natürlich mit den Gefängnissen belastet und das sind ja keine FPÖ-Verschwörungstheorien. Es ist einfach Tatsache, dass mehr als die Hälfte der Gefängnisinsassen in Österreich nicht österreichische Staatsbürger sind. Das ist, ich sage jetzt ganz wertfrei, das ist ein Faktum. Und dann hast du natürlich massive Kosten im Bildungswesen und im Gesundheitswesen, das ja auch intensiv belastet wird, auch durch den Familiennachzug. Und ja, das summiert sich. Also ich gehe davon aus, dass das mindestens zwei Milliarden sind insgesamt. jährlich. Ich würde sogar fast schätzen, ja. Nein, ich habe ja gesagt, mindestens. Das, was man irgendwie sich zusammentestillieren kann, was da überhaupt nicht dabei ist, sind die Länderausgaben der Bundesländer, die Grundversorgung und so weiter. Aber dass da keine Erhebungen gemacht werden, Statistiken. Wir versuchen das seit Jahren irgendwie herauszudestillieren mit verschiedenen Anfragen. Man kann sich das ungefähr vorstellen. Aber ja, wir fordern auch ein Dashboard Asyl, wo solche Dinge aufgelistet werden. Wo zum Beispiel jeden Tag abrufbar ist, wie viele Asylanträge hat es zum Stichtag heute gegeben. Und wie hoch sind die Kosten. Wie viel kostet uns einer und wie viel Geld wird heute, morgen, übermorgen ausgegeben. Bei Corona hat es das ja auch gegeben. Da haben wir ja diese Dashboards gegeben. Du hast genau gesehen die Inzidenzien oder wie der Blödsinn damals geheißen hat. Ja, die Inzidenz, wie es heißt. Also das muss ja hier auch möglich sein. Wobei, die Kosten ist das eine. Was mich als Sicherheitssprecher schon auch mehr noch bewegt, ist natürlich das Sicherheitsnehmer. Kriminalität. Kriminalität. Und auch natürlich die Terrorgefahr. Ich habe das selber gemerkt. Ich war damals beim Terroranschlag in Wien. Ich war auch hier. Es war Wahnsinn. War schon arg. Ich habe noch nie so viele Sirenen gesehen und alles. Na, also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt 35 und ich komme aus Hollerbrunn. Und ich sehe das natürlich. Also ich bin seit 15, 16 Jahren permanent in Wien und da habe ich natürlich schon gesehen, dass sich die Kriminalität oder die Menschheit im Kriminalitätssektor, sage ich jetzt mal, verändert. Es wird immer mehr krimineller. Und ja, ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt vielleicht ein Migrationsproblem ist, aber man merkt das natürlich schon. Was mir halt immer sehr wichtig ist, ich finde halt, ich kann das einfach auch so sagen, weil es Fakt ist, zu mir kommen halt teilweise Bewerber, 20 Jahre jung, und wo ich mir so denke, der bezeichnet mich, der setzt sich zu mir und ich sage, ja, grüß Gott und hin und her und stell mich vor. Und dann frage ich ihn so, sag ich, ja und, was sind so deine besten Fähigkeiten? Was hast du für Fähigkeiten? Was sind deine Erfahrungen? Dann sagt es mir, hey Bruder. Da habe ich mir gedacht, okay, der Respekt, das ist halt mir immer sehr wichtig, dass ich mit jedem, egal welche Herkunft, wie gesagt, bin selbst, meine Familie ist selber, habe selber Migrationshintergrund, der Respekt ist mir sehr wichtig. Ich kann auch nicht in ein anderes Land, das muss ich jetzt einfach so sagen, also ich bin ja viel unterwegs, sogar in Ägypten, ich kann auch dort vieles nicht sagen, weil da gehst du in den Knast, dort ist es halt radikaler. Aber eine andere Frage hätte ich auch noch, weil viele sagen zu mir dann, ja, semi-FPÖ, wie kannst du mit denen ein Interview machen? Sag ich immer, bei mir ist jeder herzlich willkommen, ganz egal, welche Farbe, welches Geschlecht und so weiter, das ist mir alles egal. Mich interessiert immer der Mensch und auch die Ideologie sozusagen und alles dahinter. Und dann sagen zu mir manche, und da bin ich gespannt, was jetzt du dazu sagst, wie kannst du das machen und so weiter, weil wenn die an der Macht sind, dann bist ja du der Erste, der weg ist. Stimmt das? Das ist ja ein Mythos. Ein völliger Blödsinn. Ja, was existiert. Und ich glaube, dass das in den Köpfen von manchen Menschen so drin ist. Ja, leider, aber das ist ja nicht so. In Wahrheit wollt ihr, glaube ich, was ich jetzt da rausgehört habe und auch mit anderen schon gesprochen habe, ihr wollt ja nur selektiver das Ganze behandeln. Das Thema Migration, oder? Dass nicht jeder reinkommt und hin und her und leben kann. Wir wollen es ehrlich behandeln. Es kann ja nicht sein, dass gegenüber sämtlicher Rechtsnormen internationaler, die es auch gibt, das Asylrecht so dermaßen missbraucht wird. Ich bin auch dafür, dass es ein Recht auf Asyl gibt, wenn nachgewiesen werden kann, dass eine individuelle Verfolgung bedroht im Heimatland aufgrund politischer, religiöser Ansichten. Aber das Problem ist zum einen, es kommen die meisten ja aufgrund wirtschaftlicher Dinge. Was ich menschlich verstehen kann, wer will es sich nicht wirtschaftlich verbessern? Aber es ist kein Asylgrund zum einen. Und zum anderen wird es einfach missbraucht. Es ist ja nie die Idee gekommen gewesen von einer Europäischen Menschenrechtskonvention, von einer Genfer Flüchtlingskonvention. Das sind ja grundsätzlich gute Dokumente, aber die sind 70 Jahre alt. Die sind nach dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs entstanden für Fluchtbewegungen innerhalb des Kontinents, innerhalb der Nachbarländer in Wahrheit. Und es ist nicht gedacht für eine Völkerwanderung über mehrere Tausend Kilometer von verschiedenen Kontinenten, von ganz anderen Kulturen. Das geht sich einfach nicht aus. Und du musst schon auch klar sagen, Asyl ist Schutz auf Zeit. Ist Schutz auf Zeit. Und wenn der Asylgrund nicht mehr vorliegt, dann gibt es das Asylrecht auch nicht mehr. Das ist ja selbstverständlich. Darum sagen wir auch immer, Integrationsmaßnahmen, die ja auch intensiv sind, kostenintensiv, zeitintensiv und viele Ressourcen gebraucht werden, erst dann, wenn ein positiver Asylbescheid vorliegt und nicht schon in der Phase des Asylwervers. Und was noch dazu kommt, die Menschen werden ja auch in den Heimatländern gebraucht wieder für den Wiederaufbau. Also ich verstehe das überhaupt nicht, dieser Eiertanz die ganze Zeit, was jetzt Syrien zum Beispiel betrifft. Da müssen schwere Straftatenmorde passieren, dass der Bundeskanzler auf die Idee kommt und auch die Sozialdemokraten mittlerweile zu sagen, wir müssen schon schauen, dass wir zumindest schwere Straftäter nach Syrien rückführen können. Ja, das können wir ja. Also du brauchst ja nur eine kurze Google-Recherche machen und du wirst feststellen, dass es für den Großraum Tamaskus Reiseagenturen gibt, die seit Jahren Reisen anbieten. Ist ja scheinbar, ich war noch nie dort, vielleicht schaue ich es mir einmal an, ist ja Syrien 2000 Jahre Kulturgeschichte. Hat viele historische kulturelle Städten, die man sich anschauen kann und es gibt dort relativ gute Hotels auch. Und natürlich muss die Republik Österreich hergehen und mit der Regierung in Damaskus ein Rücknahmeabkommen schließen, dass das auf rechtlichen Beinen steht, das Ganze. Dass die ihre Staatsbürger auch zurücknehmen. Aber das wird halt immer, wenn wir die Anträge auch stellen, das wird angekündigt, das wird auf Twitter geschrieben, das wird in Pressekonferenzen gefordert, dann stellen wir den Antrag im Parlament und wird dagegen gestimmt und das so irgendwer verstehen. Also das sind dann die Momente, wo man ein bisschen Frustrierung hat in der Politik. Aber wie ist denn das eigentlich so jetzt, wenn wir schon dabei sind, SPÖ und so weiter, hast du das Gefühl, dass die SPÖ, die ÖVP und alle anderen Parteien sich jetzt da auf den Haufen der FPÖ schmeißen, was Migrationspolitik angeht? Dass man euch das Stück vom Kuchen wegnimmt? Also das Stück vom Kuchen... Um vielleicht Wählerstimmen zu sammeln. Nicht wegnehmen, weil du kennst ja die Schmied-und-Schmiedel-Theorie. Also da geht man schon lieber zum Schmied und nicht zum Schmiedl. Und es ist meines Erachtens auch kein ideologisches Thema in Wahrheit. Es ist ein Thema der Vernunft. Wenn du da anschaust, Dänemark zum Beispiel. Ja, die haben mitunter die restriktivste Asylpolitik in ganz Europa, ist ein von einer sozialdemokratischen Alleinregierung geführtes Land. Ich habe die Gelegenheit gehabt, voriges Jahr in Wien mit dem dänischen Migrationsminister auch mich zu unterhalten. Und habe ihn gefragt, warum macht ihr das über das Sozialdemokraten so eine strenge Asylpolitik? Die Antwort war, weil unsere Bevölkerung das von uns erwartet. Und diesen Zugang erwarte ich eigentlich von jemandem in Regierungsfunktion. Ja. Ich sehe es eher aus der Kostenperspektive. Auch ein großes Ding, oder? Das sehe ich eher so. Und ja, da muss ich noch eines dazu sagen. Das hat mein Opa damals gesagt. Zweiter Weltkrieg. Mein Opa geht auf die 90 zu. Und er hat gesagt, weil ich immer so gefragt habe, er hat gesagt, ja Opa, die Leute sind ja arm, wenn die dort Krieg haben und die ziehen her und so weiter, das bleibt ihnen übrig. Er hat zu mir gesagt, du Semi, hätten wir damals auch das so gemacht. Wir hätten auch weglaufen können, aber wir sind da geblieben und haben das Land aufgebaut, sonst wärst du jetzt nicht da. Mein Opa bringt halt immer so Sprüche. Und klar, ich meine, ich habe jetzt leicht zu reden, bin ich in der Situation. Aber ich glaube auch, dass ein gewisser Patriotismus dazu führt, dass man halt zu seinem Land steht. Und ja, Kriegsflüchtlinge haben es halt nicht einfach, sag ich jetzt mal. Aber der Wiederaufbau, wer macht denn dann? Das ist halt dann ständig in der Situation. Gut. Ja, Wahl 2024. Spannendes Thema jetzt. FPÖ will, glaube ich, gewinnen. Selbstverständlich. Man tritt ja nicht an und bewehrbar im Sport, um Zweiter oder Dritter zu werden. Das ist ja klar. Ja, das ist klar. Wie siehst du so die aktuelle politische Entwicklung der letzten, ich sage jetzt mal, seit der Ibiza-Affäre, muss man ja dazusagen, die war ja dazwischen, die FPÖ hat ja wieder ordentlich zugelegt. Wie siehst du aktuell so die Situation in der Politik? Was glaubst, wenn ich jetzt sage, wer macht das Rennen? Natürlich würdest du sagen FPÖ. Aber wie ist so aktuell der Machtkampf untereinander? Einer beschmutzt den anderen und so weiter. Ist das noch eine saubere Politik, die jetzt gerade geführt wird? Ein sauberer Wahlkampf? Der Wahlkampf an sich hat ja offiziell noch nicht wirklich begonnen, obwohl wir ja gefühlt ja schon seit einigen Jahren, glaube ich, im Wahlkampf sind. Es hätte auch keiner geglaubt, dass dieser ausgerechnet Schwarz-Grün fünf Volljahre hält und in Wahrheit nach dem Rücktritt von Kurz hätte das müssen erledigt sein. Wir haben ja keine demokratische Legitimation durch den Wähler, der ist ja nie aus Spitzenkönheit angetreten, muss man auch sagen. Und ja, es ist zäh, zarr, wie wir Steirer sagen, ich glaube die Wiener auch. Ja, zarr kennt jeder, bis ans letzte Eck. Und es dauert verdammt lang und wenn man das ganze Revue passieren lässt, die ganzen Corona-Jahre mit allem, was da passiert ist. Am finanziellen Sektor natürlich mit den Milliarden, die da verbrannt wurden. Andererseits auch mit den Maßnahmen, die aus meiner Sicht sehr überschießend waren und vielfach nicht gerechtfertigt und verhältnismäßig. Das hat Spuren hinterlassen in der Bevölkerung, das hat Narben hinterlassen, das hat auch was mit der Gesellschaft gemacht, auch wenn man jetzt nicht mehr gerne darüber redet. Also da ist jeder froh, wenn man von den Themen nichts mehr hört, verständlicherweise. Dann natürlich der furchtbare Krieg in der Ukraine, aber auch die Reaktion darauf. Also diese Sanktionspolitik, ein Sanktionspaket, noch eines, noch eines, ist glaube ich schon das 14. oder 15., wo wir uns selbst ins Fleisch schneiden in Europa, in Österreich. Unsere eigene Wirtschaft schädigen damit ja und nichts dazu beitragen, dass dieser Krieg ändert, sondern ganz im Gegenteil, dass man das immer weiter noch befeuert. Immer weitere Waffenlieferungen, der Umgang mit unserer Neutralität, die uns wirklich gute Dienste geleistet hat über Jahrzehnte. Der zweite Punkt nach Corona aus meiner Sicht ja, dieser ganze Ukraine-Konflikt, der Umgang mit der Neutralität. Und natürlich auch die Migration, die haben wir jetzt eh schon besprochen, die Massenmigration, die Islamisierung, die Terrorgefahr. Das ist für mich als Sicherheitssprecher ganz wichtig. Wir haben ja nach wie vor in Österreich seit Monaten die Terrorwahrenstufe vier von fünf, also die zweithöchste Terrorwahrenstufe. Woran wird das gemessen, dass man jetzt festlegt, das ist die dritte, die vierte? Nein, es gibt fünf Stufen und der Verfassungsschutz, die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst legt es aufgrund ihrer Einschätzung, ihrer Beobachtung fest. Also die beobachten ja die Szene, sag ich einmal, die islamistische Szene, die beobachten, was sich in den sozialen Netzwerken abspielt und auf der Einschätzung der Experten wird die Entscheidung getroffen, welche Terrorwahrenstufe wir haben. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Nein, nein, es passt nicht. Ich war schon am Schluss. Das war nur gerade eine spannende Frage. Das soll ja kein Monolog sein von mir. Politiker neigen ja immer dazu, viel zu ausführlich zu antworten, viel zu viel zu reden. Ich muss sagen, davon bin ich leider auch nicht gefeiert. Ich habe immer gedacht, wie wird das festgelegt? Macht man das so? Nein, nein, nein. Also da haben wir schon, das muss ich schon sagen, obwohl wir natürlich gerade im Verfassungsschutz Probleme gehabt haben mit Personen, die nicht qualifiziert waren im alten BVD. Dass da jetzt wirklich ein großer Sprung gemacht wurde mit dieser Reform, die wir auch als Freiheitliche mit erarbeitet haben, auch mit beschlossen haben, da haben wir schon gute Leute drinnen. Und die machen das nicht leichtfertig, also die haben da klare Hinweise, klare Belege. Es hat ja vorhin zum Beispiel auch gegeben, diese Anschlagspläne auf die Regenbogenparade in Wien. Ich bin jetzt nicht der große Freund dieses ganzen Regenbogenzeugs. Aber als Demokrat und Freiheitlicher hinter Menschenzeug ist selbstverständlich, hat jeder das Recht auf die Versammlungsfreiheit. Und die Aufgabe der Behörden des Staates ist auch, diese Versammlungen entsprechend zu schützen. Also das war jetzt nur ein Beispiel, dass man sieht, wie die Nachrichtendienste auch arbeiten. Also Kriminalität und Terror, finde ich, ist ja ein sehr wichtiges Thema. Jeder spaziert immer im ersten Bezirk ohne Bedenken. Bei uns kann man das ja noch machen, muss man dazu sagen. Na Gott sei Dank und das soll auch so bleiben. Ja, das ist ja, das soll auch so bleiben. Okay, wie siehst du das bezüglich, weil Herbert Kickl ist ja Klubobmann, soll ja auch Volkskanzler werden. Und ich meine, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die ganze FPÖ ja immer sehr logisch hinter dem Herbert Kickl steht. Wie ist so deine persönliche oder nicht persönliche Meinung, sondern wie verstehst dich du mit ihm? Ausgezeichnend. Okay. Findest du, er wäre ein guter Bundeskanzler? Ja, selbstverständlich. Also ich glaube, mit Herbert Kickl hätten wir den idealen Bundeskanzler, die bezeichnen Volkskanzler, die ja auch viele triggert. Und wo einige ja durchdrehen, wenn man das erwähnt. Darum wiederholt man es ja immer wieder. Nein, aber das bedeutet ganz einfach zuerst das Volk dann der Kanzlerinwendung zum Volk. Arbeiten für das Volk, auf das Volk zu hören. Und selbstverständlich habe ich ihn für in höchstem Ausmaße geeignet, um jetzt einmal im Beamten zu sprechen. Aber ich schätze ihn auch menschlich sehr. Er hat einen sehr guten Zugang auch zu seinen Abgeordneten im Parlamentsclub. Er hat immer wieder gesagt, führen durchzulassen. So quasi, dass nicht überall er alles machen muss, sondern dass er seine Mannschaft hat. Dass er seine Leute hat im Parlament in den verschiedensten Bereichen. Und die auch relativ selbstständig auch die Parteilinien nach außen auch vertreten lässt. Also das macht riesengroßen Spaß, mit Herbert Kickl als Klubobmann diesem Parlamentsclub anzugehören. Und ja, er ist loyal. Er ist loyal zu seinen Mitstreitern. Und er wird sich immer vor seine Leute stellen. Also er ist nicht einer, der quasi wenn es Angriffe gibt gegen einzelne Mandatare, der sich irgendwie großartig distanziert. Sondern, wenn das jetzt nicht der komplette Wahnsinn ist natürlich, wird sich der immer hinter dich stellen. Und das schätze ich sehr an ihm. Ja, das finde ich eh gut. Ich habe sogar eine Anfrage rausgeschickt. Ich meine, ich habe an alle eine Anfrage rausgeschickt. Auch an Herbert Kickl. War keine Ablehnung. Auch keine direkte Zusage. Hat es geheißen, wenn Zeit bleibt bis zu den Wahlen, ja gerne. Mit ihm würde ich vielleicht sogar ein rein persönliches Interview führen. Weil ich würde ihn ja gerne, so wie du gesagt hast, als Person mal verstehen. Ich glaube, das machen die wenigsten. Jeder redet immer über Politik, fragt ihn und so weiter und so fort. Und dann kommt immer irgendwas. Aber ich glaube, innen drin als Mensch würde ich gerne wissen, wer er ist. Und ich glaube, sehr viele Menschen. Wird sich sicher machen lassen. Ja. Ja. Schauen wir, wie gesagt, wenn er Zeit hat. Ich weiß nicht, das ist ja momentan schwierig. Es ist momentan ein Wahnsinn. Schwierig. Vor allem, weil er heuer auch keine Ferien für die Politik. Ferien. Kein Urlaub. Ferien haben wir offiziell übrigens nie. Wir haben nur eine Sitzungsfreie Zeit. Aber arbeitest du ja trotzdem, oder? Glaube ich dann wahrscheinlich. Ja natürlich. Du hast halt die Schwerpunkte dann auf diverse Veranstaltungen im Wahlkreis. Aber natürlich als Politiker schaust du auch, dass du mal zwei Wochen Urlaub machen kannst. Bei mir fällt er heuer komplett flach. Das geht sich einfach nicht aus. Ich will vielleicht mal zwei, drei Tage einen Städteurlaub machen. Das mache ich recht gern mit meiner Freundin. Aber ein ausgedehnter Urlaub ist heuer nicht drin. Eben wegen den ganzen Wahlen, die anstehen. Genau. Und die Arbeit musst du ja auch wahrscheinlich für den Nationalrat auch was machen, oder? Ja. Wollen wir dann einen Winterurlaub machen, statt einen Sommerurlaub. Skifahren oder was? Skifahren. Derme. Da gibt es viele Möglichkeiten. Derme kann ich verstehen. Skifahren ist mir zu kalt. Es ist mir zu kalt. Gut. Dann, du hast ein paar Entschließungsanträge eingebracht. Da würde ich, wenn es okay ist, einen bitte fragen. Und zwar Gendern, nein danke. Ich habe jetzt lachen. Gendern, nein danke. Regeln der deutschen Sprache einhalten, keine politisch motivierte Verfremdung der Sprache. Um was ging es da genau? Ich habe einmal eine Rede auch gehalten, wo ich die Begrüßung begonnen habe mit allen Geschlechtern, die Facebook ermöglicht aufzuzählen, das sind 40 oder 60 oder 70. Ich weiß es nicht. Das ändert sich auch ständig. Also es ist ein Idiot zu sehen. Aber warum mache ich das? Ich habe selbst studiert auch auf der Uni Wien. Und da bin ich das erste Mal eigentlich mit dem Thema Gender in Berührung gekommen. Ich habe jetzt im zweiten Bildungswerk die Matura gemacht. Ich habe jetzt erst einen Beruf gelernt. Steinmetz. Und ich habe mit dem früher keine Beziehung gehabt. Und dann bin ich auf die Uni gekommen und habe mir gedacht, spinnen der jetzt? Mit dem Sternl und mit dem bin ich. Und in Deutsch war ich immer recht gut. Und ich weiß, dass es innerhalb eines Wortes in der deutschen Sprache keine Großbuchstaben gibt und keinen Stern und keinen Unterstrich und was auch immer. Und ja, das ist rein ein ideologisches Produkt gewisser gesellschaftlicher Gruppen. Heute würde man das unter dem amerikanischen Terminus Vogue subsumieren, aus meiner Sicht. Das nützt niemandem was. Das nützt keiner Frau was. Wir wissen aus Umfragen, dass die absolute Märterbevölkerung das kategorisch ablehnt. Auch die meisten Frauen übrigens. Aber das ist eine kleine Blase, die das betreibt. Das sind gewisse Nachrichtensprecher. Das sind gewisse Redakteure in den Medien. Und das sind natürlich die grünen Politiker, die das Gender quasi zu einer Religion erhoben haben. Also ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Und ich finde das gut, dass dort, wo Freiheitliche auch regieren, so wie jetzt in den Ländern, das Gendern, wie es in Niederösterreich passiert, aus der öffentlichen Verwaltung verschwindet wieder. Weil es immer ein Rechtschreibfehler ist und weil es rein ein ideologisches Produkt ist. Ich bin dafür, dass man gleichen Lohn für gleiche Arbeit hat. Geschlechtsunabhängig. Dass die Qualifikation zählt und nicht das Geschlecht. Also ich halte auch nichts für Quoten. Aber diese Gender-Sprache, das regt die Leute auf. Das brauchen wir nicht. Ich glaube, dass wenn es noch krasser eingeführt wird oder noch weiter so bleibt, du begibst dich da ja auch in eine Angriffsfläche. Wenn du dann einmal nicht sagst, Österreicherinnen, bist du gleich wieder ins Eck gestellt. Deswegen sage ich das auch. Ich sage das gar nicht. Ich tue gar nicht gendern. Ich sage einfach so. Ich rede generell so, wie man der Schnabel gewachsen ist. Ja, da sind wir uns einig. Ja, nein, ich kann das nicht. Ich möchte immer authentisch bleiben und dann wirst du nicht mehr. Oder dann bist du nicht mehr authentisch. Und vor allem, alles was mit Zwang ist in deinem Bereich, ist falsch. Das heißt dann immer, Sprache entwickelt sich weiter, Sprache ändert sich. Ja, eh. Aber das muss von den Sprechern kommen, von der Bevölkerung. Das kann nie von einer kleinen Minderheit quasi von oben herab oktroyiert werden. Das ist der völlig falsche Zugang. Und du erreichst in Wahrheit das Gegenteil. Du erreichst Ablehnung, Ablehnung und verbindest dann vielleicht das Ganze mit frauenpolitischen Themen, die durchaus berechtigt sind. Ja. Aber wenn du der Bevölkerung am Wecker gehst, die ganze Zeit mit dem Blödsinn, dann erreichst das Gegenteil. Das ist ein Hindernis. Ja. Das ist das. Aber eines möchte ich jetzt noch fragen. Weg von Gendern, aber zu einem anderen Thema hin, was sehr spannend ist. Du hast gesagt Medien. Wie stehst du allgemein, persönlich, wenn du jetzt nicht so viel politischen Bezug dazu hast, wie stehst du denn zu dem Thema Medien, Meinungsfreiheit und ordnungsgemäße Berichterstattung? Weil ich habe manchmal, ich schaue ja kein UF, aber man kriegt ja die Interviews mit. Ja. Und wie da manchmal die Fragestellungen sind. Ja. Egal ob es jetzt Nehammer ist, Hafenecker, weiß nicht wer noch oder dort war, es ist ja wurscht. Aber ich finde die Fragestellungen, finde ich manchmal sehr subjektiv. Ja. Und sehr tendenziell. Ja. Kann man da was ändern in Zukunft? Ja. Also die erste Frage war das Medien generell. Also Medien haben natürlich in einer Demokratie eine wichtige Rolle. Es wird immer gesagt, das ist die vierte Gewalt. Das werde ich persönlich ein bisschen übertrieben, weil wir haben drei Gewalten. Das ist die Exekutive, die Legislative und die Judikative, das ist die Gewaltenteilung. Und die Medien haben eine wichtige Funktion. Ich würde es aber nicht als vierte Gewalt bezeichnen. Ja, was den UF betrifft, natürlich konsumiere ich auch UF, bei Weitem nicht mehr so viel wie früher. Also was das Fernsehen betrifft, vom linearen Fernsehen bin ich völlig weg. Also ich habe in der Corona-Zeit begonnen mit Netflix und dann ist Amazon dazugekommen und Disney Plus und alles Mögliche, was es jetzt gibt. Ich bin da auch so ein Serien-Junkie geworden. Gibt es ja gute Serien und Filme. Gibt es ja gute Serien und Filme, ja. Also eine Serie, dass man jetzt jeden Tag um 20.15 Uhr eine Folge anschaut, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Abgesehen davon, dass ich die Zeit ja nicht habe dazu. Aber ich konsumiere die Medieninhalte natürlich auch. Ich gebe auch dem UF-Interviews, selbstverständlich. Ich gebe grundsätzlich jedem Medium ein Interview, wenn ich angefragt werde. Das finde ich auch, muss ich kurz und drüber sehr stark. Deswegen auch danke, dass du gekommen bist. Also viele sind zu hochnäsig und würden sagen, nein, der ist mir zu klein oder zu normal. Ja, selbstverständlich. Ob das jetzt der UF ist oder ob das eine Bezirkszeitung ist oder ob das so ein spannendes Format ist, wie es das du machst übrigens auch. Muss man auch sagen, jetzt passt gut rein. Jetzt danke auch für deine wichtige Arbeit. Also diese Aufklärungsvideos bei den ganzen Förderungen, die es ja gibt, wo ja manche recht leicht zu beantragen sind oder automatisch gehen und bei manchen das wirklich ein bisschen kompliziert ist und vor allem ältere Menschen wahrscheinlich auch ein Problem haben. Ich weiß jetzt nicht, ob die Alten deine Zielgruppe sind, aber... Ab 24 bis 70. Ja, also mein Bereich, die Alten. Nein, so. Aber ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Ist wirklich informativ und kurzweilig und leicht verständlich. Und ich glaube, genau so soll es auch sein. Die Förderungen sollen ja auch abgeholt werden. Darum beschließt es ja die Politik. Aber das nur nebenbei erwähnt. Und der Umgang mit den Medien. Schau, der UF ist öffentlich-rechtlich und der Öffentlich-Rechtliche hat einen gesetzlichen Auftrag. Und der ist auch zur Objektivität verpflichtet. Und was ich mir wünsche als Medienkonsument, ich brauche da keine freiheitliche Bejubelung oder keine Streichelpolitik. Ich würde einfach nur normal behandelt werden. So wie alle anderen auch. Kritische Fragen, selbstverständlich. Man geht ja nicht hin, um dort quasi gestreichelt zu werden. Aber dieses Sticheln, dieses Tendenziöse, diese klare Schlagseite, der meisten oder viele Redakteure beim ORF. Also das ist wirklich sinnbefreit. Und es ist ja Zwangsgebühren finanziert, das Ganze. Muss man ja auch sagen. Das wollen wir als FPÖ übrigens ändern. Das hat, glaube ich, der Hafe auch erzählt. Als Mediensprecher. Das wollen wir ändern. Aber solange die quasi von Zwangsgebühren leben und sich ihre teils absurden Gehälter auszahlen für Radiosprecher und so weiter. Also da kann man sich schon eine objektive Berichterstattung erwarten und verlangen. Und das ist genau der Punkt. Es soll Bericht erstattet werden. Es sollen Tatsachen berichtet werden. Und nicht die eigene Meinung quasi den Leuten reingewürgt werden. Das ist der wesentliche Unterschied. Das Gefühl habe ich jedes Mal. Und das finde ich halt. Wie gesagt, es ist wurscht, wenn ich welches Interview gesehen habe. Ganz egal. Einmal vom Nehammer vor einer Woche oder zwei. Und dann vom Half-Wecker jetzt vor ein paar Tagen. Und wer war noch? Einmal der Kurz da und so. Aber wenn er ein Altpolitiker ist, ist ja wurscht. Da bist du recht aggressiv sogar. Ja, also diese Aggressivität in diesen Interviews. Da muss ich da ehrlich sagen. Weißt du, was das für mich ist? Also das zeigt mir, was du für ein Mensch bist. Respektlos. Also eine respektlose Art und Weise. Ja. Genau. Ist das so. Für mich kommt das so. Ich sage auch nicht. Und was sie sich jetzt erlaubt haben bei der laufenden Europameisterschaft, dass die österreichischen Spieler, die jetzt leider vorbei sind, im ORF, also beim Match am Dienstag, Österreich gegen die Türkei, ServusTV, super übertragen mit super Analysen. Und im ORF im Zwangsgebühren-Sender läuft Soko-Donau. Also nicht besser. Nein, das muss ich auch sagen. Also da bin ich nicht das Wort schwer enttäuscht. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde das eigentlich wirklich ein Wahnsinn, dass das eigene Land, also der eigene Sender des Landes das eigene Land nicht im Fußball zeigt. Auch andere Spiele, aber ist ja wurscht. Gut. Ja, das heißt, von den Medien her, wie fühlst du dich dann zum Beispiel bei mir zum Interview und vergleich zum ORF? Gut. Bestens. Bestens. Ja, wird ja nicht das Wort im Moment. Es gibt, das muss ich schon sagen, es gibt beim ORF schon auch bemühte Redakteure. Ja, ja, ja. Vor allem in den Länderstudios, also in der Steimer kommen da keine Probleme. Aber am Königlberg gibt es natürlich eine kleine abgehobene Blase. Ich meine, die ZIB 2 wird es noch nicht geschafft ins Studio, da bin ich zu unwichtig. Aber ich brauche eh nicht beim Wolf sitzen, ich sitze da viel lieber in so einem Format wie bei dir, da können wir locker plaudern, ja. Und das macht ja richtig Spaß da. Nein, also ich habe ja auch, ich kenne ja auch viele aus der Medienbranche, so ist es nicht, muss ich auch klarstellen. Viele sind ja, die meisten sind ja nett, also mir geht es wirklich nur um zwei, drei, wo ich jedes Mal den Kopf schüttle eigentlich. Ja, natürlich. Aber da werden wir ja die gleichen meinen. Ja, ich sage, ich nenne keinen Namen, aber die tun nicht so, als würdest du dir nicht in der ORF gehören, das mag ich nicht. Ist so. Gut. Ja, also im Grunde genommen vielen Dank erstmal Hannes für das Interview. Das war sehr spannend. Hast du noch irgendwelche Wünsche, Anregungen, irgendwas? Du, ich bin momentan sehr zufrieden. Ich will jetzt direkt wieder in den Nationalrat fahren. Wir haben jetzt den Misstransantrag gegen die Gewessler. Der ja abgelehnt wird. Ah, das will ich dir auch noch fragen kurz. Ja, bitte frag. Was ist da genau jetzt da? Wie ist da der Stand? Also wenn der Misstransantrag durchgeht, was dann? Der geht natürlich nicht durch, weil sonst hätte ich näher müssen, hätte ich müssen hergehen und die Koalition so fortbringen. Weil ich kann nicht hergehen und sagen, das ist ein Rechtsbruch, das ist Koalitionsbruch, das Ganze, was so ist, und dann trotzdem weiterwurschteln und weitermachen. Und dieses Argument, das wäre für den Steuerzahler zu teuer geworden und ein Chaos, also das stimmt nicht. Wir haben ja ein paar Monate Bierlein-Regierung gehabt, diese sogenannte Expertenregierung. Ich sage lieber bei Abträgung, weil sonst würde man sagen, alle, die vorher und nachher waren, sind Wappler. So ist es ja auch nicht, wenn nur das die Experten waren. Aber das hat ja monatelang recht gut funktioniert und ich finde das für den Parlamentarismus eigentlich erfrischend, wenn du nicht nur diese starre Koalition hast, wo das übliche Spiel ist, Opposition stimmt gegen Regierung und umgekehrt, sondern wenn du wechselseitige Mehrheiten hast. Wieso können nicht wir zusammen mit den Sozialdemokraten und den Grünen und den Neos was beschließen? Oder auch mit der ÖVP, wie auch immer, die verschiedensten Konstellationen, wenn es um Inhalte geht. Und das hätten wir die paar Sitzungen bis zur Wahl auch über die Bühne gebracht. Und was die Gewesslerin, Entschuldigung, die will nicht respektlos sein. Die können wir aber drinnen lassen, ist ja egal. Was die Frau Bundesminister Gewessler betrifft, die ja wirklich die Ideologie zur obersten Handlungsmaxime erhoben hat, also zum Beispiel den Stopp des Bau des Lobausdunnels, der für Wien wichtig ist, der wirklich eine Verkehrsentlastung ist. Oder jetzt mit dieser Renaturierung, und ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, was das bedeutet für Österreich, sondern alleine, wenn ich mich rechtswidrig über Beschlüsse der Bundesländer, und wir sind halt einmal ein föderaler Staat, auch hinwegsetze und mein eigenes Ego, meine eigene Ideologie vor den Rechtsstaat stelle und vor die Koalitionstreue. Ich halte gar nichts von dieser Koalition zwischen Schwarz und Grün, aber sie haben halt einmal einen Koalitionspakt, und der es einzuhalten. Oder man kann es gleich lassen. Also wenn man was ausmacht miteinander, dann muss man das einhalten. Also der Bundeskanzler Nehammer hätte sie müssen, dem Präsidenten zur Entlassung vorschlagen. Das wäre die einzig logische Konsequenz gewesen. Und jetzt beim Misstrauensantrag wird natürlich nichts passieren, das erwarten wir auch nicht, auch wenn wir es uns wünschen würden. Aber wir wollen damit noch einmal mehr zeigen, wie sehr die ÖVP sich von dieser Person quasi zum Nahen halten lässt. Okay, aber wäre das so einfach gegangen, dass man sagt, zum Bundespräsidenten bitte entlassen und wir brauchen einen neuen bis zu den Wahlen zum Beispiel? Natürlich geht das. Wir haben ja das schon mal nicht gehabt, das Beispiel auch. Also, okay. Weil man dachte vielleicht kurz vor die Wahlen... Und mit dem Misstrauensantrag geht es sowieso. Mit einfacher Mehrheit kann man die Ministerin absetzen. Diese Mehrheit würden wir der ÖVP zur Verfügung stellen. Okay. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Eine Frage hätte ich noch zum Abschluss. Ist eine Koalition, glaubst du, zwischen FPÖ und ÖVP möglich in euren Augen, in deinen Augen? Ist das gewünscht, die anderen vielleicht? Also, ob es gewünscht ist, kann ich dir jetzt nicht so sagen, weil das Verhältnis momentan wirklich sehr, sehr angespannt ist. Aufgrund der ganzen Ereignisse, die stattgefunden haben. Aber möglich ist es selbstverständlich. Es ist ja auch aus meiner Sicht mit der SPÖ möglich. Also, Politik ist auch die Kunst des Möglichen. Und alles, was jetzt gesagt wird und alle Ausschlüsse vor der Wahl, die halte ich für nicht zielführend, die halte ich für falscher gegenüber den Wählern. Weil jetzt ist einmal der Wähler am Wort. Dann liegt ein Wahlergebnis vor und wie immer das auch aussehen wird, wird man die Schlüsse ziehen können, welche Mehrheiten sind. Sind überhaupt mathematisch möglich. Das ist einmal die Grundlage. Und dann wird man sehen, wo kann man sich inhaltlich einigen. Wir Freiheitliche, wir wollen regieren, wir können regieren, wir müssen aber nicht regieren. Und das sage ich deswegen, weil aus meiner Sicht es nur sinnvoll ist, in eine Regierung einzutreten, wenn man so viel von den eigenen Positionen wie möglich durchsetzen kann. Alles wird man nie durchsetzen können, gewisse Kompromisse wird man schließen müssen. Aber wenn ich nicht eine klare, freiheitliche Handschrift, mit der ich mich identifizieren kann und für die ich auch gewählt wurde, dann auch in die Umsetzung bringen kann, dann kann ich mir das sparen. Aber das Ziel ist natürlich, regieren und ja, um das noch einmal zu unterstreichen, selbstverständlich ist es möglich, auch mit der ÖVP. Ich hoffe halt nicht, dass es zu einer Ampelregierung kommt. Nein, ich auch nicht. Wenn du nach Deutschland schaust, gell. Ja, Muschdelpartie. Ist so, ja. Gut. Ja, danke Hannes. Ja, danke. Ein sehr spannendes Interview. Hat mich sehr interessiert. Sammy oder Sammy? Du, da wo ich herkomme aus Holabun hat immer jeder Sammy zu mir gesagt. In Wien sagt jeder Sammy. Okay. Ich habe mich an Sammy gewöhnt. Du heißt Sammy. Die kleinen Malteserhunde, die kennst du ja alle, ne? Okay, ja. Die kleinen Malteserhunde heißen. Die heißen alle Sammy. Ja. Gut. Na, hat mich sehr gefreut. Deswegen nochmal danke fürs Kommen, dass du auch die Zeit genommen hast, zu mir gekommen bist ins Interview. Freut mich wirklich sehr. Ich weiß es sehr zu schätzen. Und ja. Dich kann man finden. Instagram. Hast TikTok auch? TikTok nicht. Noch nicht. Vielleicht erklärst du mir dann, wie das funktioniert. Instagram, Facebook und X. Okay, ehemalig Twitter. YouTube. 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 Ich habe keinen eigenen Kanal, aber auf dem Kanal von FPÖ TV und Österreich zuerst, das ist unser zweiter, meine ganzen Parlamentsreden und Pressekonferenzen zu finden. Sehr gut. Deswegen könnt ihr den Hannes abonnieren oder auch schreiben wahrscheinlich auf Instagram. Absolut. Schreibt zurück. Hab ich schon erlebt. Gut. Dann würde ich sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Danke fürs Kommen. Und nicht vergessen Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und gern noch einen Kommentar hinterlassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.